Millionen Rentner jubeln Grundrente und Gewinne aus PV-Anlagen rückwirkend steuerfreigestellt. Steuerbescheide müssen geändert werden. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Millionen Rentner, die die Grundrente als Zuschlag erhalten haben oder noch erhalten werden und die Gewinne aus dem Betrieb einer Photovoltaikanlage haben, können sich wirklich richtig freuen. Die Grundrente, also der Zuschlag an zusätzlichen Entgeltpunkten aus langjähriger Versicherung, ist durch das Jahressteuergesetz 2022 rückwirkend zum 01.01.2021 steuerfrei gestellt worden. Das heißt also, der Grundrentenzuschlag, der Teil der Altersrente oder der möglichen Erwerbsminderungsrente sein kann, ist grundsätzlich ab dem 01.01.2021 steuerfrei. Deswegen müssen viele Steuerbescheide, die schon ergangen sind, überprüft werden und auch gegebenenfalls dann können viele Menschen mit einer Steuerrückerstattung rechnen. Einnahmen aus einer kleinen PV-Anlage bis zu einer Bruttoleistung 30 kW Peak sind rückwirkend zum 01.01.2022 steuerfrei gestellt worden. Diese Anlagengröße gilt für die meisten in Deutschland installierten Anlagen auf Wohngebäude. Die rückwirkende Steuerbefreiung der PV-Anlage, wenn sie denn nicht schon als Kleinanlage bis 10 kW Peak steuerfrei gestellt wurde, soll den Erwerb und den Betrieb von PV-Anlagen begünstigen. Da ab dem 01.01.2023 auch noch bis zu einer bestimmten Anlagengröße die Umsatzsteuerpflicht für den Kauf, Erwerb und Installation solcher Anlagen wegfällt, werden sich in Kürze viele Menschen überlegen, eine solche PV-Anlage tatsächlich zu erwerben oder zu betreiben. Ich finde, wegen der gestiegenen Stromkosten macht das allemal Sinn, darüber mal nachzudenken. Zwei wichtige steuerliche Entlastungen für Millionen Rentner, mit denen wirklich niemand gerechnet hat. Wir freuen uns auf jeden Fall. Lassen Sie bitte Ihre Steuerbescheide dementsprechend auch prüfen, ob das tatsächlich alles seine Ordnung hat. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.